Bianca, Träume sind das Glück von morgen! Ich will dich auf diesem Stern nicht mehr verlieren, ich wäre gern fürs Leben für dich da. Träume sind für uns das Glück von morgen und es werden immer mehr als tags vorher. Träume mit mir und schon geh' ich mit dir paradiesischen Wegen entgegen. Träume sind für uns schon wahr geworden, aber unsere Fantasie verlässt uns nie. Träume mit mir, komm ich habe es mit dir gar nicht weit, bis in die Wirklichkeit. Zwei auf einem guten Stern haben sich gefunden, einer nimmt den anderen gerne mit auf den Weg. Ich hab' mich auf diesem Stern mit dir verbunden, ich fühl' mich, wer nicht versteht. Träume sind für uns das Glück von morgen und es werden immer mehr als tags vorher. Träume mit mir und schon geh' ich mit dir paradiesischen Wegen entgegen. Träume sind für uns schon wahr geworden. Träume sind das Glück von morgen! Bianca, unsere Startnummer 5! Bianca, jetzt kann ich die Frage ja stellen, kommt woher, Bianca? Wo ich her bin, aus Sachsen-Anhalt. Also unsere DDR-Staatnummer natürlich, aus Wulfen bei Bitterfeld. Wulfen! Mit O! Es gibt aber auch ein Wulfen mit U, aber ich bin aus dem mit O. Wir haben sowieso viel zu lernen, die ganzen fünf Bundesländer, die jetzt da dazukommen. Wir haben Nachhilfeunterricht, das ist Sachsen-Anhalt gewesen. Also gut gelernt, nicht zu verwechseln mit Sachsen. Nein! So, was macht die Bianca so privat, wenn sie, sagen wir mal, durch den Wald von Bitterfeld rennt? Macht sie das? Tja, also der Wald von Bitterfeld, da gibt's auch Wälder ringsherum. Aber ich hab' ein Stückchen weiter weg meinen schönen Wald. Und was mache ich privat, wenn ich mal zu Hause bin? Ich fahre leidenschaftlich gerne Fahrrad. Die Wolfener werden das sicherlich wissen, nicht? Und wenn ich dann mal in den Wald gehe, dann suche ich leidenschaftlich gerne Pilze. Und die Pilze in Bitterfeld sind zu genießen? Ja, das sieht man doch nicht, oder? Gut, steht gut da. Alles klar. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich drücke alle Daumen.